TAP 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 Catch a fire fired up corrupt star Hey Freunde willkommen zurück zum dritten Part von Little Big Planet 1 natürlich Mit dabei ist heute Silence Chaos Ja, du kannst ruhig was sagen Ja was soll ich denn sagen? Hallo und doch Ok und wieder entschuldige ich mich für den Ton wahrscheinlich wird das wieder so leise sein aber wie gesagt da kann ich halt nichts für aber naja was soll ich großartiges noch zu sagen so wir zocken heute die savanne oh gott das ist lang her genau lustige safari ist das erste level und dann geht doch mal direkt los würde ich sagen aber ich habe jetzt fast meine 200 abos zusammen ich hoffe dass es noch mehr werden oh gott ich bin damals voll oft bei diesem scheiß u-boot schon am anfang irgendwie verreckt durch irgendeinen komischen fehler da das spiel ist es macht schon launen ja ja diese Affen ey die flaschen mich auch immer wieder aufs neue ey Ich häng mich mal an dir fest. Oh nein, wie bin ich runtergefallen? Hör dich ja nicht. Geil, na. Oh genau, jetzt kommt das wieder ey. Oh, mal richtig schön durchgeschafft, sehr gut. Jetzt gibt es hier diesen kleinen Trick, dass man einfach da hinten langlaufen kann. Ja, das gibt es auch. Ah, sehr gut. Yes. Nicht schlecht. Ich zieh dich einfach aufm Bild, ey. Autsch! Wollte dich einfach misshandeln, habt ihr das gesehen, Leute? Willst du dir eigentlich Lil Beclan 2 holen, oder? Ähm, ich weiß noch nicht. Kommt drauf an mit dem Geld. Ja, ich bin auch mal am Gucken, ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Okay, dann machen wir mal hier brennender Wald. Nicht schlecht. So. Nach vier Minuten haben wir das aufgenommen, liegen perfekt in der Zeit, würde ich sagen. Oh ja, das Blum Level. Oh, wie ich diese Stelle einfach nur hasse. Aber wir haben es gut gemeistert, will ich sein. Guck mal, ich weiß noch nicht. Nein! Haha, scheiße. Guck mal, mir kommt doch irgendwie gleich dieses komische Krokodil oder was sollst du sein, oder was? Ah, doch. Ja genau, da unten, das mach ich gut. So und jetzt sind einer alleine durch. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott ey, totale Konzentration hier. Wie du bist gestorben? Oh mein Gott, oh mein Gott, voll die Anspannung gerade irgendwie. Nein! Mich hat es erwischt, ey oh mein Gott. Diese komischen Viecher, ey, die sind auch so geil. Das ist ein Updancing hier. Und das Publikum rastet wieder total aus. Oh Gott. Hast du damals eigentlich auch immer viel mit dem Level-Eat-Talk gemacht? Ähm, geh. Ja, das fand ich eigentlich ganz lustig. Gerade wenn wir diese Rakete hatten, mit der irgendeine Scheiße mal gerobbt hat. Das fand ich immer übelst lustig. Ja, da kommt mal noch Scheiße da ran. Ey, dein Vieh sieht so geil aus. Okay, dann kommen wir schon zur letzten Map hier, bei der Savanne. Das Königreich der Erdmännchen. Da ist so ne komische Disco und da läuft so voll die abgespacede Musik, ey. Die man jetzt ja dann gar nicht hört, weil ich ja die Musik ausgestellt habe. Okay, du hast Geilo und Spider-Man. Das sieht schon geil aus. Oh, wieder so ein komisches Rennen. Sieht irgendwie aus, als wäre ich irgendwie so wie so ein Ameisenbau oder so. Das komische Erdmännchen irgendwie sehen so Hammer aus. Hey, was für ein Viecher, ey. Achso, wir müssen ja links, äh rechts lang. Oh, die Viecher sind auch so lustig. Und jetzt muss auch irgendwo... Genau, und das kommt. Moment, so. Genau, und jetzt kommt nämlich diese komische Disco. Sieht sehr lustig aus. So, ich kann ihn halt hier so hochschleudern, wenn er da drauf wartet. Und ich springe dann auf den Bauch so drauf. Kann ich den Kollegen hier einfach hochwerfen. So, ihn hier müssen wir jetzt mitnehmen. Woa, boah, hier hat ein Double Backflip gemacht, der Typ. vor allem diese Brille, ey. Total der Streber. Und das hat irgendwie nicht so funktioniert. Ah, ok. Ah, kommst du da hoch? Oh nein, ein Bug. Na, okay. Achtung, Staffel. Ey, was ist denn scheiß eigentlich? Ja, mal ein bisschen Punkt B1 wecken und wir haben es wieder geschafft in einem Part, ey, sehr gut. Der Gaylord bärtige Spider-Man. Da will er sich einfach ganz fies in den Vordergrund drängen. So, dann war es das auch schon mit der Savanne. Das nächste ist dann, was ist das nächste eigentlich? Die Hochzeit. Da habe ich auch schon einen Abonnent für, der mir da helfen wird. Das wird auch sehr lustig werden. Ja, Seilens, dann bedanke ich mich schon mal bei dir, dass du mitgemacht hast. Kein Problem. Und falls ich nochmal deine Hilfe brauche für das Let's Play, melde ich mich einfach bei dir, würde ich sagen. Und dann machen wir noch ein paar zusammen. Okay. Wenn du da Lust drauf hast, natürlich. Dann ist ja gut. Ja gut, Leute, dann war es das schon wieder von dem Part hier und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, Freunde.